So, herzlich willkommen zurück zu Creative Server, was, nein, nein, mein kleines Creative Server, egal, zum German Creative Server, let's play, so, Folge 258, genau, ach komm, bevor ich hier direkt einen Herzenfakt bekomme, machen wir mal hier einmal, das ist ein bisschen sehr hell, könnte, oh mein Gott, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade auch in der Aufnahme seht, also ihr seht, also nicht direkt, man sieht ja die Kamera zu Glück nicht in der Aufnahme, aber, holy shit, für mich sieht es gerade so aus, wie ein absolutes Bild, also es ist nur noch weiß, nur noch schwarz, nur noch hellblau, also, zion, magenta, yellow, und dann rot, grün, blau, mehr gibt es hier nicht mehr, also so wie wenn ihr bei Photoshop oder die coolen unter euch, so wie ich, ja, wir nutzen nämlich nicht mehr Photoshop, wir nutzen GIMP, wenn ihr da einfach den Kontrast auf Maximum dreht, also, over 9000 und noch ein Stückchen höher, also 9000 und 1, quasi, ähm, genau so sieht es gerade aus, egal, ähm, 1.5, bin mal gespannt, ob man das vielleicht doch in der Aufnahme sieht, eigentlich dürfte man das in der Aufnahme nicht sehen, auch nicht, hier ist alles ganz normal, nice, ja, kann ich da rumspielen, egal, ähm, so, wir machen mal weiter hier, was machst du, achso, du kannst natürlich eigentlich, ach nee, komm, du kannst aufbleiben, ich schüttel dich einfach mal nach da, oder nach da, oder, bitte nicht vollbild, weeeeeeeu, ding, 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 ja, macht voll Spaß und so, egal, ähm, lange wird gar keinen Sinn, dass hier wollten wir, äh, so, Digga, weißt du, ich dreh gerade die Gamma-Werte ein bisschen hoch, ne, und die Sonne einfach so direkt Kampfansage, wird einfach noch heller, ist ja hier, was ist denn los hier, artet hier gleich ein Battle-Web aus, ich meine, die erste Punch-Teilette ist sogar schon, yo, deine Mutter schon die Sonne auf den Arsch, ähm, bitte was? Ah, ja, jetzt, 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 sieht man doch eigentlich alles viel besser, hier ist doch, oh, eine Offenbarung, meine Fresse, ich habe vergessen, dass wir unsere Spitzag erst mal reparieren wollten, das wollen wir hier weitermachen, ähm, oh, und schon wieder verhungern sind, wie gesagt, auf alle Blätter werde ich jetzt hier nicht achten, das macht überhaupt keinen Sinn, ich werde aber versuchen, so zu laufen, dass ich möglichst viele mitnehme, man muss sie auch nicht unnötig verschwenden, ne, man muss sie auch nicht, äh, unnötig verschwenden, ne, vor meinen Augen diszipliert, ich glaub das nicht, hab ich das jetzt nicht eigentlich ausgeschaltet, und daran, dass wir zu viele Objekte in dem Block waren, kann es auch nicht liegen, weil ich habe diesen Wert mit maximalen Objekten pro Block massiv hoch gesetzt, also der ist weit über 1000, da hat es also auch nicht, auch nicht gerade gelegen haben, dann wird sie dann gerade einfach verschwunden, meine Güte, irgendwie hier so vom Weiten sieht das so, von der Seite der Leuchte so ein bisschen krumme aus, ne, so ein bisschen so total verkruppelt, haben wir da, muss ich nochmal überlegen, wie wir den wissen, äh, schon mal gestalten, ich meine, gut singen, äh, sowieso noch nicht fertig, da ist ja gerade mal eine, eine Reihe, also 1x3 statt 3x3, was auch dazu führt, dass es so komisch aussieht, aber ich bin oben mit der Plattform, da bin ich halt überhaupt noch nicht zufrieden, das sieht aus wie so ein Stück Klumpen, und auch, und, also, der Mast, die sieht schon in Ordnung aus, aber oben das Ding, da bin ich absolut noch nicht zufrieden mit, so, so überhaupt nicht, das sieht irgendwie nicht ganz gut aus, nicht ganz so geil aus, vielleicht sollte ich da doch mal Slabs einsetzen, weiß nicht, hätte das einen guten Impact, of the Look, oder eher nicht so, so, du kommst erstmal hier rein, Dankeschön, ähm, Blätter, unser schönes Atomkraftwerklein, ja, ähm, was jetzt, genau, für die Linger, am besten, wo man die ersten Baumstämme hier ab, in unsere Holzkiste, ähm, also, da kommen wir ja hier, in die Backpack, die kommt erstmal alle da rein, weg mit euch hier, bam, 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 so, und da kommen die Bäume wieder raus, da, 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 so, und die kommt erstmal alle hier rein, bis ich weiß, was ich mit euch mache, so, bist du fertig? Oh, fast, so, Blätter, machen wir gleich nochmal den Abgang zum Lager, ne, ne, lohnt sich nicht, dann, prob ich euch das mal da rein, so, mache er hinne, Dankeschön, dann auf die letzten paar Bäumchen da fällen, und dann haben wir erstmal wieder genug Holz, ähm, also, siehst du, können wir gleich mal hier noch, Grüße an Wovalent D, auf dich lieb, die Bloblin übrigens auch, Wovalent D ist sowieso falsch, Wovalent M, wie hieß da? Doch, Wovalent M, ja, keine Ahnung, Doch, Wovalent M, Wovalent M, das M steht für, Macht, Missbrauch, Einsamend Dünnchen, auch wenn die eher aus wie sieht, wie so ein, ja, so eine eher künstlich angelegte Solarzelle, ähm, als eine Pflanze, aber okay, ja, schön, so, die Bäume waren da hinten, muss ja nur erst ein Stück gelaufen hier, was denn hier los ist ja, Gott, sind wir bald da, obwohl wenn wir durch Wasser sowieso fast genauso schnell sind, können wir auch direkt Luftlinie laufen, komplett Luftlinie, ich trinke, oh, 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 Ein Träumchen. Naja. Yay, noch zwei Bäume. Und geschafft. Geile Scheiße. Jutchen. Dann ab zurück. Direkt Luftlinie. Wäre halt geil, wenn man einfach so direkt im Wasser laufen könnte. Also... Das wäre halt schon heftig. Ich meine, wenn man sich Mühe gibt, kann man zwar auch im Echten im Wasser laufen, aber da hast du dann halt... da hast du dann keinen Vortritt mehr. Da brauchst du erstmal hauptlich einen Hack-Spoiler, um da lang laufen zu können. Ah... Wobei mit dem Hack-Spoiler im Wasser auch nicht wirklich gut funktionieren dürfte, weil ich meine, damit der Hack-Spoiler wirkt, müsstest du ja erstmal eine gewisse Geschwindigkeit drauf haben. Das heißt, wenn du bereits am Laufen bist, dann reicht auch ein kleiner Hack-Spoiler aus, damit du so viel... Weil Wasser hat ja so... Trägheit, dass du da ordentlich auf den Boden geprisst wirst. Dass du da noch ordentlich Grip hast. Aber eben, die Geschwindigkeit musst du erstmal aufbauen können. Von daher stelle ich mir das sehr schwer vor, selbst mit einem Hack-Spoiler. So... Na, gehst du mal rein hier bitte? Danke! Was ist denn hier los? So... Die Axt packen wir gleich mal hier... Da rein. So... Okay, wir haben jetzt massig Holz. Wir haben auch ein paar Blätter, die packe ich einfach mal hier oben rein. Ähm... Okay, das heißt... Nein, hier unten... Wir brauchen jetzt... ganz viel Liebe und Zuneigung. Wir kommen da oben hin. Ähm... Ja... Das sieht jetzt nur Spaß. Okay, wir machen es mal anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Was? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir brauchen also noch mindestens ein Stack. So, jetzt haben wir quasi... Ach komm... Das sind jetzt hier 12, richtig? Bin ich jetzt bescheuert? Bin ich besoffen oder beides? So... So... Das sind jetzt hier 12. So... Das heißt, damit wir jetzt 1200 haben, muss ich hier nochmal 12 hinzufügen. So... Und jetzt brauche ich nochmal ein 60er Stack. Na ja, hat er gut funktioniert? So... Perfekt. Jetzt haben wir genau 1260. Nice. Finde ich voll Knorkel. Äh... Halt. So... Genau. Das heißt... Oh Gott, wir brauchen... Oh Gott... Ja, machen wir erstmal hier so... Und so... Und schon sind wir voll. Äh... So... Ist das gut? Ist das... Doch, das ist richtig. So, jetzt der nächste... Was mache ich hier gerade? Ich brauche Urlaub. So... Wir brauchen 360 Kisten. War doch richtig so, oder? Ähm... 20... Mal 2... Mal 2... Mal 2... Mal 3... Mal 3... Mal 3... Genau. So... Das heißt... Wir brauchen noch... Mindestens einen weiteren Stack. War sogar hier... Ähm... Danke... 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 Achso... Ja... Das macht voll Sinn... Haben wir jetzt noch Kisten, die rumfliegen? Ja... Eine... Sehr schön... Ahem... Wobei ich sehe gerade... Wir haben ja auch noch so Holz... Aber es sind normale Holz... Die lasse ich mal... Wie sicher selber da... Ähm... So... Das heißt... Wir brauchen jetzt noch... Ähm... Was bricht ich gerade da? Ähm... 63 weitere Kisten... So... Perfekt... Ok... Dann können wir jetzt anfangen... Ähm... Ich brauche noch... Dankeschön... So... das ganze dann einmal okay dann halt so und so du da rein perfekt so das ganze denn jetzt nochmal 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 wenn ich mich nicht verrechnet hatte müsste das wenn ich jetzt so mache genau passen aber ich lass ihn erstmal denn ich weiß dass ich mich hundertprozentig verrechnet habe alles andere wäre ja auch nicht naheliegend so 1,2,3,4,5,6 bam ok so doch geht genau auf perfekt das geht ganz genau auf Jutchen dann haben wir jetzt unsere 360 Dora die können wir jetzt unten und die verballern einmal ab zum Ballermann wobei ich gerade der letzte Kerl bin der zum Ballermann geht sooo ja ach sieht doch nicht geil aus sieht doch nicht geil aus ach herrlich ach herrlich ronni ronni aus der kohle übersehen wie gesagt wie sagt dann die nächste frage ist wie wir das mit den Fackeln machen das problem bei den Fackeln ist zweierlei ich wollte die Fackeln eigentlich hier an diese Querdinger ran machen aber zum einen das offensichtlichste Problem hier sind Slaves das wird also nicht funktionieren von der Optik her und zweitens wären das halt gerade mal da eine Fackel und da eine Fackel und ich glaub also natürlich dann auf beiden Seiten ja aber ich glaub mal das recht von der Helligkeit nicht aus wir müssen dafür gucken ob wir denn vielleicht doch hier immer da und da eine ranflanschen dass wir quasi pro Abteil immer zwei Fackeln dran haben das würde auch optisch einigermaßen gut aussehen ich weiß halt nur noch nicht ob wir denn quasi so mittig machen also da und da oder auf was außen machen da bin ich mir noch nicht ganz sicher ob was da besser aussieht müssen wir ein bisschen probieren und ob das ganz überhaupt gut aussieht ja von daher bin ich da mal gespannt wir haben gerade gar keine Vorken dabei das fällt mir gerade mal so auf haa sieht doch geil aus yay ne keine Fackeln dabei schade warum sind hier wieder so viele Fackeln was hab ich denn hier gemacht whatever so süß jetzt haben wir ein paar Fackeln was oh ja scheiße wo ist die Tür ah boah boah alter haha wie geil ist das denn so ja hat schon ein echt optisch gesehen echt geilen Effekt ich glaube ich mach es vielleicht einfach so hier holy shit alter guckt euch das an vor allem wenn du halt hier unten stehst ne oh ey uuuuuh also optisch gesehen halt schon echt geil praktisch gesehen natürlich komplett useless äh von daher können wir es natürlich nicht machen aber ne das nenne ich mal Katakomben Style gut dann klatschen wir hier noch ein paar ran können wir schon ranflanschen ich glaub doch so mit außen können wir machen das sieht echt gar nicht mehr so schlecht aus ja doch von Weitem sieht scheiße aus ach fuck gut dann wäre jetzt die Frage ich mach mal eine Seite mach ich mal so hier und die andere Seite mach ich mal so hier also ich bin fast für die Art warte mal ganz kurz wir können mal ganz kurz ein bisschen gucken ähm na komm hallo danke ähm wie es aussieht wenn ich die Fackel wieder seitlich ran mache doch das sieht gar nicht mehr so schlecht aus das sieht sogar relativ geil aus höchstens dass ich die doch eins höher mache aber das ist mir mit der Decke ehrlich gesagt ein bisschen zu ne ich würde mal sagen ja ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht aber die Ausführung ja ich weiß nicht ich glaub mal weiter oben würde auch nicht helfen das ist das das erinnert nicht dass ne das sieht tropfen zu das sieht halt auch so aus wie rauf geklebt ne da sieht so definitiv besser aus easy fliegende Fackel ach 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 komm mal her danke ähm ja ich glaub da bleibe ich doch fast lieber dabei die Tür mal oben mit dich ran zu machen ich glaub das wird auf kurz oder lang doch die beste Alternative sein na doch das sieht am ehesten vielversprechend aus ich bin grad am überlegen wie würde es optisch aussehen wenn wir hier in die Decke ab und zu so Löcher rein machen und da den Fackeln reinsetzen wisst ihr aber ich glaub das würde auch nicht wirklich ne 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 das wir hier gemacht haben auch oben machen aber halt ein bisschen dass wir quasi einen kompletten Block frei und hier haben wir eine Treppe und hier würde ich es aber so machen dass wir da keinen ne also quasi nicht genauso wie hier spiegelverkehrt sondern dass wir es ein bisschen näher an den Rand dran setzen dass wir quasi äh äh hier einen Vollblock machen und hier dann aber nur so ein 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 viertel Ding wie auch immer die Dinger da heißen gerade äh die Dinger die Dinger genau hier die Dinger ne hiervon da sowas quasi dass wir dann sowas benutzen um die denn da rein zu machen dass sie dass die quasi auch die Treppe an sich ist aber halt ein halben Block nach außen versetzt ist ja ja weiß ich nicht das ist halt jetzt ne gute Frage wir machen das erstmal so hier können wir uns doch mal was überlegen wobei ne ich würde es gerne doch schon jetzt machen damit wir dann wissen bei den anderen Räumen dass wir es auch da machen können weil ne davon hängt ja dann auch ab wie wir denn die Fackeln platzieren ich probiere mal ganz kurz was wenn ich jetzt ein ne macht auch keinen Sinn doch mal voll nein macht überhaupt keinen Sinn wenn ich jetzt einfach die Reihe hier komplett raus nehme dann müsste ich da ja denn immer die sagt diese Viertel Dinger reinsetzen und bei dem könnte ich dann einfach eine Treppe reinsetzen ne rumgedrehte zugegebenermaßen ja aber trotzdem eine Treppe wir probieren es einfach mal ganz kurz das heißt wir brauchen ein paar also erstmal brauchen wir Cobblestone natürlich klar dann brauchen wir ähm Treppen und diese Viertel Dinger so oha so viel Cobblestone haben wir natürlich nicht mehr war klar gib mal die Steine her ja so dann brauchen wir 8 Treppen wir brauchen aber ja wir brauchen 12 äh wir brauchen 12 das heißt natürlich Träumchen jetzt stehe ich hier vor der Laterne kann man mit denen was machen achso ja doch man kann auch aus der Vollblöcke machen danach machen wir es einfach äh nein bitte das hier danke so genau und aus denen achso müssen wir ja müssen wir eine andere Säge machen äh nein das ist nicht die Säge äh äh Mikrokobbel genau das müssten die Viertel Dinger sein oder genau das sind diese Panel achso ja gut ok also Panel 15 was ist das denn bitte äh Panel Panel und Mikro ok dann wie bräuchte quasi denn die Ausführung hier oder gib mal her die scheiße achso achso ich brauche noch eine Axt ähm gib mal die Axt so weil ich jetzt schon weiß dass es garantiert schief gehen wird nehmen wir am besten auch gleich einen Schraubendreher und ein Replacement Tool mit dass wir es nur einmal richten müssen oder zweimal oder doch viermal so jetzt bin ich ja mal gespannt ja wir müssen da jetzt natürlich erstmal alles austauschen na Gott was habe ich getan da ja 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 was tue ich hier eigentlich gerade ich will sterben ach komm ach kack geht das natürlich nicht ahhh na gut dann machen wir mal Plan zurück das wird zu viel Aufwand wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fackeln obwohl wir haben noch sechs stück pro raum haben wir doch reicht vollkommen aus alles was wir brauchen haben wir sehr gut du nach da du nach da du nach da fertig ich sehe so ein Lied alter du nach da 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 fertig du nach da nanana fertig oh apropos fertig ich bin fix und fertig weg da danke ähm ja was man vielleicht auch an meiner musikalischen Glanzleistung merkt äh nein danke die ständige Tür auf und zu gehen alter oh mein Gott wir werden alle sterben ein Gehörsturz oh die Gleise oh die Gleise der Gleise guckt euch die Gleise an die Gleise haben sie weggegleist wie ist dein Gleis entgleist wie ist dein Gleis entgleist ahaha ach hell ach hell ok draußen fällt einfach mal ein Panzer vorbei danke dafür was diese Türen gerade haha oh Gott so einmal da einmal da einmal da einmal da einmal da einmal da ich probier mal ganz kurz was wobei ne wie gesagt es würde halt optisch geil aussehen die Räume ein bisschen dunkler zu lassen aber dann sieht man halt hier kommt noch was gerade jetzt wenn ich das richtig sage ok komm lassen wir so dass hier nur 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 in der Mitte fackeln sind da sieht man hier unten schon fast gar nicht mehr was da drin ist das ist natürlich scheiße also doch überall fackeln und die Räume ist fertig yeah das ging ja schneller als gedacht schnauze ja da können wir dann langsam anfangen die ganzen sachen rüber zu räumen das wird ein heiden spaß werden ähm ich werde dann am besten dann auch mal direkt ein paar upgrades erstellen hier ist diese ne wir haben ja ne massig von diesem scheiße eben wir haben zwar massig ähm obsidian aber wir brauchen ja für diese upgrades ja auch noch diese komischen holz template dinge da da brauchen wir also auch viel holz warum hast du dich das spiel eigentlich ich verstehe das gar nicht holz für die welt ist klar ha ha na wenn das mal nicht perfekt gepasst hat dann will ich ja auch nicht na komm da ha perfekt look at this nice perfect Lütchen dann ähm machen wir diese Folge weiter mit hört auch wirklich zu sagen bauen wir erstmal ein paar Upgrades ich hoffe die sind nicht all zu teuer nicht dass wir wieder erstmal 20.000 Bäume fällen müssen Ja gut, Stöcker ist ganz preiswert und hier brauchen wir eine Kiste für vier Upgrades. Ach Gott. Ach Gott. Na ja, gut, da sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.